Das hat noch nie was gebracht, Radarsuch. Jerry! Hallo? Jerry! Noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Ich muss... muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen, sich aufzulösen. Zaroff verwehrt mir den Zugang, aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zaroff meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zaroffs Bann ist stark. Ich kenne nur einen dessen Kraft ausreicht dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich doch. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche. Hallo? Alter Magier! Er ist fort. Wieder allein. Was war denn das für ein Geräusch? Das war ich. Schon wieder so eine Krähe. Rabe. Schon wieder so ein... Halt! Du sprichst ja. Einige behaupten sogar, dass ich zu viel rede. Okay. Äh... Hallo? Kannst du mich verstehen? Natürlich. Du stehst doch direkt vor mir. Wer bist du? Wenn du einen Namen hören willst, dann muss ich dich enttäuschen. Ich bin nur ein Rabe. Eigentlich wohne ich auf der Lichtung des ersten Baumes. Auf der Lichtung des ersten Baumes? Da muss ich hin. Weißt du, welcher der richtige Weg ist? Ich finde ihn selbst nicht. Hier hat sich alles verändert. Vor allem seit sich hier so viele Fremde herumtreiben. Was ist das hier für ein Ort? Du befindest dich an der Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit? Träumende kommen zu Besuch auf meine Lichtung. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an diesen Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg. Aber ich schlafe nicht. Und den Weg finde ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Die Stimme vorhin hat dir doch gesagt, dass du jemanden um Hilfe bitten kannst. Ja, aber wie? Er sagte, dass du es schon mal getan hast. Hm. Einmal war jemand hier, der über seine Vergangenheit meditierte. Er hat dieses Rad erdacht. Welches Rad? Dieses Rad. Drehst du das Rad, wird dir dieser Ort Wege zeigen, die tief in deiner Seele verborgen sind. Orte, die du gesehen hast. Orte, die du sehen wirst. Und Orte, die dein Leben geprägt haben, ohne dass du es ahnst. Vielleicht kann es dir helfen. Aber es sind keine Wege. Nur Fenster. Oder Bilder. Ich weiß nicht viel über solche Dinge. Ich bin nur ein Rabe. Okay. Ich versuche weiter mein Glück. Bis später. So viel Glück. Dann drehen wir mal am Rad. Die Wege haben sich verändert. Wie merkwürdig. Das sind gar keine Wege mehr. Sieht fast aus wie Fenster zu verschiedenen Orten. Das ist doch eine von den Kanonen der Stadtwachen von Mauswald. Es sieht fast aus, als ob ich von hier aus reingreifen könnte. Wie ulkig. Tatsächlich. Ich habe eine Hand voll Schwarzpulver. So, Schwarzpulver. Erste Zutat. Der Rest. Oder gehen wir da eicheln. Hier sind nur Fenster. Den kenne ich doch. Hallo alter Freund. Oh Mann. Der erinnert mich an Zuhause. Okay. Lagerfeuer. Da drehen wir wahrscheinlich jetzt gleich die Fahrtchen. Ein gemütliches Lagerfeuer. Ich glaube da sitzt sogar jemand. Wer auch immer das ist. Ich leih mir mal einen Holzscheit aus. Autsch. Heiß. Und was jetzt? Da ist nichts zum anzünden. Aua. Jetzt habe ich mir fast die Finger verbrannt. Ich sollte mir vorher gut überlegen, was ich mit dem Feuer machen will. Okay. Das nützt uns noch nichts. Dann drehen wir aber mal weiter. Hau ruck. Hau ruck. Hau ruck. Hau ruck. Ist das ein Seitenschneider? Sieht aus, als ob jemand versucht hat, ihn in den Koffer zu stopfen. Also, ich schleppe das Ding nicht mit mir rum. Oder nicht. Hände weg. Hey. Das ist die Lagerkammer in der Waldzwerge-WG. Und sie ist immer noch verschlossen. Silberner Schlüssel. Da passt er nicht. Nett. Das ist doch der gleiche Stein wie am Bach nahe des Nachtfalter-Tempels. Ein Baumläufer-Symbol ist darauf eingeritzt worden. Dasselbe Symbol, das ich auf das Gesicht der Felskröte gezeichnet habe. Hoffentlich ist das Bild da nur eine Illusion. Sonst werde ich doch noch als Einbrecher verhaftet. Okay. Ich habe die Tür aufgehebelt. Oh nein. Mein Stock ist abgebrochen. Jetzt holen wir das, was die Erde hergibt. Gehen wir nochmal weiter. Okay. 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 Da war es ein Eichel. Ist das nicht das Mauswalder Rathaus? Eben. Und solange sie ja nicht leben, können sie ja nicht... So. Weißer Pfeffer. Ja. Ja, das gehört auch zum Kreuzungszauber aus dem Brief vom Marquis. Aber ich glaube, die Reihenfolge war anders. Ja, war sie auch. Warte mal. Wir müssen... Das braucht keine besondere Würze. Irgendwie mischen. Hm. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Hm. 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 Das braucht keine besondere Würze. Wie waren das nochmal? Hm. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Habe ich mir das merken müssen, oder was? Hm. Das müssen wir am Anfang mal Zeichen malen müssen. Das braucht keine besondere Würze. Warte mal da vielleicht. Vielleicht klappt das auch. So. Weißes Pulver, mit dem ich das Symbol der Baumläufer geformt habe. Hoffentlich gilt das jetzt auch. Was ist dann passiert? Das ist doch der gleiche... Ein Baumläufer-Symbol. Dasselbe Symbol. Das braucht keine... Ach so. So. Das hat man bloß machen müssen. Okay. So. Hm. Nett. Rinde hilft da nicht viel. Und jetzt sind Geister mit? Ja. Das gehört auch zum Kreuzungszauber aus dem Brief vom Marquis. Aber ich glaube, die Reihenfolge war anders. Und da hat man jetzt... Das ist erstmal ein... Bingo. Ist drin. So. Und jetzt brauchen wir das dazu. Hm. Dann ist die Rinde. Auch drin. Dann die Wurzeln, oder? Hm. Nein. Dann doch ist die Eicheln. Und dann... Die... Auch drin. Und dann die... Genau. Okay. Jetzt ist alles drin. Perfekt. Und dann malen wir damit den Kreis. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Ob das auch funktioniert, obwohl ich die Rezeptur etwas abgeändert habe? So. Dann drehen wir. Dann brauchen wir die Feuer. Das müssen wir schon mal herkriegen. Genau. Da kriegen wir das Feuer her. Und dann zünden wir den Kreis an. Autsch. Heiß. Und was jetzt? Jetzt hör auf zu jammern und zu den Kreis an. Hoffentlich klappt's. Dein Name. Sag mir deinen Namen. Äh. Ich bin Jerry. Jerry Haselnuss. Jeremias. Jeremias Mensch. Wie konnte es dir gelingen, mich an diesen Ort zu rufen? Ich habe einen Pulverkreis auf die Wegkreuzung gezeichnet und... Nur wenige wissen von diesem Ritual. Es braucht Stärke, um es erfolgreich durchzuführen. Nur die Stärken sind unserer Magie würdig. Des Weltenwanderns. Ich sehe Stärke in dir. Warum hast du mich gerufen? Ich setze hier fest. Alle Wege führe mich im Kreis. Dieser Ort wurde in eine Falle verwandelt. Er geht nun in sich selbst auf. Ein starker Bann muss errichtet worden sein. Wer immer diesen Zauber gewirkt hat, muss einen guten Lehrer gehabt haben. Der alte Magier sagte, ich sollte sie um Hilfe bitten. Aromulena. Deshalb hat mich dein Spruch nicht befreit. Deshalb bin ich noch im Kristall gefangen. Natürlich. Er gesteht mir nur diese kurzen Worte zu. Doch selbst das ist ein Wunder. Was du tust, muss für ihn sehr wichtig sein. Ich brauche Hilfe, um den großen Zaroff zu finden. Zaroff. Zaroff. Er wagt es, seine Welt zu verlassen. So viel Stärke habe ich ihm nicht zugetraut. Sollte ich mich in ihm geirrt haben. Aber wie komme ich hier raus? Eine Falle wie diese verfügt immer über ein System, das dem Fallensteller erlaubt, sie unbeschadet zu durchqueren. Ich spüre, dass du eine magische Münze bei dir trägst. Sie trägt einen Zauber, den ich gut kenne. Doch er ist nicht vollkommen. Ich habe dir ein Geschenk zukommen lassen. Die Münze wird dir nun den Weg weisen, wenn du sie durch den Raum führst. Folge ihrem Licht. Doch sei gewahr. Ewig durch diese Zwischenwelt zu ehren, könnte eine Gnade sein im Vergleich zu dem, was dich erwartet, wenn du der Münze folgst. Wer war das? Ein Freund von dir? Nein, ich glaube nicht. Probier doch mal aus, was der maskierte Magier gesagt hat. Diese Orte wirst du nicht mehr brauchen. Ich hoffe, du findest den Weg zur Lichtung. Auch wenn ich mich viel lieber weiter mit dir unterhalten würde. So. Hallo Münze. Hallo? Geht das nicht? Hier kreuzen sich die Wege. Hä? Funktioniert das jetzt? Ob das jetzt der richtige Weg ist? Oh Mann. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Hä? Wie funktioniert das jetzt mit meiner Münze? Ah, okay. Oh, da leuchtet die nämlich stärker. Guck mal, jetzt diese blöde Pop-Up haben wir da gesehen. Scheiß Windows. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Ja, ist er. Schon wieder hier. Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Tup. Tup, tup. Dahin. Vielleicht ist es dieser Weg. Oh Mann. Hier sieht es ja überall gleich aus. Ist doch egal. Ob sie will auch nicht gleich. Da nicht, da nicht, da. Vielleicht hier lang? Bin ich hier richtig? Ja, sind wir. Da lang. Vielleicht ist es dieser Weg. Das muss die Lichtung sein. Die Lichtung des ersten Baumes. Ich sehe ein freiwilliger Bildteil dieser magischen Vorstellung werden. Applaus, meine Damen und Herren. Das müssen die Träumenden sein. Der Bann zieht sie hierher. Ein freiwilliger, meine Damen und Herren. Ich habe mit meiner Hellsicht in dein Herz geblickt. Er hat dich geschickt. Ein Kind. Jeremias. Ich war einst wie du. Dann habe ich der grausamen Realität ins Auge geblickt. Den Tatsachen. Ich bin erwachsen geworden, als er mich ausgesperrt hat aus diesen unglaublichen Welten. Doch in unserer Welt gibt es keinen Platz für Magie. Ganz egal, wie gut du bist. Dort kannst du unmöglich Erfolg haben. Aber das hat er dir sicher nicht gesagt. Nichts ist unmöglich. Nur für ihn. Das wirst du bald merken. Er hätte dich nicht schicken dürfen. Er wird seinen Fehler schnell bemerken. Vielleicht wird seine Trauer um dich größer sein als um mich. Was für eine lahme Vorstellung. Du musst viel lernen. Das Publikum. Es liebt nur mich. Doch genug Zeit verschwendet. Und nun... Meine Damen und Herren. Ich verbanne diesen Jungen in das Holz des ersten Baumes. Nein! Und das, mein sehr verehrtes Publikum, ist Magie. Ist Magie! Hahaha! Jerry! Kannst du mich hören? Wir haben nicht viel Zeit. Meine Macht ist nicht stark genug, um Zaros Bannzauber lange zu durchbrechen. Er hat dich in den ersten Baum gebannt. Ich habe versucht, deinen Geist so gut wie möglich vor den Fängen seiner schwarzen Magie zu bewahren. Du musst jetzt stark sein, Jerry. Sieh dich vor. Zarows Geisternägel haben die Seele des ersten Baumes verdunkelt. In seinem magischen Holz müssten auch andere gefangen sein. Suche sie! Gib dich nicht der Frucht hin, Jerry. Du darfst nicht aufgeben. Du darfst nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Aufgeben. Musst aufgeben. Du musst aufgeben. Wo bin ich? Ich bin... Ich bin wohl eingeschlafen. Der faule Junge schlief direkt vor einem Portalbaum ein. Ha! Und so einer will Baumläufer werden. Welch ein Sakrilik! Hm. Plato! Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry! Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich gar nicht. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Welcher Wicht wagt es die Waldesruhe zu stören? ich warte die kröte ärgerlich sie macht es ganz und gar nicht wenn man sie weckt da ist ja die riesige kröte aus unserem wald der kleine dumme jerry wird tatsächlich so beschränkt eine gigantisch gefährliche monster kröte ansprechen zu wollen ich sollte sie mal ansprechen vielleicht weiß sie ja wie ich herauskomme der kleine dumme jerry ist völlig verwirrt freunde müssen einander helfen was ist denn das das sieht ja aus wie ein skript im band ist darauf erster akt der kleine dumme jerry ich bin doch nicht dumm gehasst von allen waldbewohnern das ist nicht wahr immer nur am nerven und schnurren gar nicht endlich zertrampelt von der bösen felsenkröte wer wer schreibt denn sowas gemeines was für eine heususe nichts ist so wie es scheint du musst aufgeben die geister nägel verdunkeln die seele des ersten baumes gib einfach auf die echsen ich muss darauf aufhalten Späumen mit der Kröte. Ich werde dich zerquetschen. Sie lässt mich nicht an sich ran. Du hast uns alle ins Unglück gerissen. Uns ausgenutzt. Du willst auf meinem Fahrrad mitfahren? Aber ich muss doch die Post austragen. Jerry war egal, was der Frosch sagte, denn er war zu faul zum Laufen. Was? Aber so war das doch gar nicht.